Du kannst eine Schere mit Hilfe von Schleifpapier schärfen. Falte es zunächst zur Hälfte mit der rauen Seite nach außen. Halte nun das Schleifpapier in einer und die Schere in der anderen Hand. Öffne die Schere soweit es geht und stecke das Sandpapier bis zum Anschlag zwischen die Scherenblätter. Schneide nun das Schleifpapier durch. Mache das 10-20 Mal, um die Scherenblätter zu schärfen. Wische schließlich die Schere mit einem feuchten Tuch ab, um mögliche Rückstände des Sandpapiers zu entfernen. Du kannst auch einen Schleifstein verwenden. Entferne zunächst die Schraube, die die beiden Scherenblätter zusammenhält, mit einem Schraubenzieher. Lege nun ein Blatt der Schere im 45-Grad-Winkel mit der Innenseite auf den Stein und ziehe es dann über die Oberfläche. Mach dies 10-20 Mal, drehe dann das Scherenblatt um und ziehe es in die andere Richtung. Mache dies ebenfalls 10-20 Mal. Wiederhole das Ganze mit dem anderen Scherenblatt. Setze deine Schere wieder zusammen, wenn du fertig bist. Stéte. Untertitelung des ZDF, 2020